1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 So ihr Lieben, mit kleiner Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch, ruft an unter 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian.wdr.de. Die erste Anruferin ist Stefanie und Stefanie ist 32 Jahre alt. Hallo Stefanie. Hallo Domian. Hallo Stefanie. Und was geht es bei dir? Ja worum geht es? Ich habe ein Problem mit meinem Mann. Ja und was ist das? Ja was ist das? Also ich habe mitgekriegt, dass er mich betrügt, nicht sexuell. Aber halt er hat sich da auf einer Beziehung oder auf ein Mädchen eingelassen, 23 Jahre alt. Und er hat sie geküsst, hat sie nach Hause gefahren und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hat er dir das erzählt? Hat er das gebeichtet? Erstmal nicht. Also es war, es fien damit an, ja wir hatten Stress in unserer Beziehung, also wir sind seit 10 Jahren, sind wir zusammen. Drei Jahre davon verheiratet. Also ich habe zwei Kinder mit in der Ehe gebracht, die auch zu ihm Papa sagen. Und ja, es war man auf und ab, es fehlte an Spontanität, es fehlte an alles, also an Feinfühl, was zwischen Mann und Frau eben halt so ist. Ich habe mich dann zurückgezogen in meinem Schneckenhaus, weil man wurde über Tag nicht beachtet, sage ich jetzt mal als Frau. Aber abends im Bett musste man dann da sein. Ach, das dann schon? Ja, und wenn das da nicht lief, dann hing der Haussegen wirklich schief. Also, das heißt, da waren Spannungen bei euch in der Beziehung? Genau. Wie hat, das war gerade meine Frage, wie hast du das rausbekommen, dass er diesen Kontakt hat zu dieser 23-Jährigen? Er arbeitete mit ihr zusammen, er hatte mit ihr zusammen Nachtwache, im Krankenhaus arbeiten die und ja, nachher hat sich das dann entwickelt durch Telefonate. Ja, aber wie hast du das rausgekriegt? Er hat es mir erzählt. Er hat es dir erzählt? Ja, dass er sie kennengelernt hat. Ja, und dann hat er nur mit ihr Telefonate und dann hat er aber gesagt, er hat sich für uns entschieden, er bleibt bei uns. Dann war 14 Tage wirklich gut und dann auf einmal ist er hier raus, sagt mir, ich liebe mich, also ich liebe dich und war dann auf dem Weg zu ihr, also er wollte dann doch zu ihr. Wie er sagt zu dir, ich liebe dich? Ja. Und ist auf dem Weg zu ihr? Ja, ich liebe dich. Und sagt dir das auch noch? Ja, nee. Das nicht? Ich habe es rausgekriegt durch Zufall, ich habe ihn dann versucht anzurufen über Handy, ja, dann war er dann die ganze Zeit besetzt und dann ist er dann irgendwann nach 5 Minuten, 10 Minuten ist er wieder dran und dann habe ich gesagt, du kommst sofort nach Hause, ich glaube wir haben was zu klären und erst stritt das ab und dann hat er es doch dann zugegeben, dass er mit ihr telefoniert hat, hat er aber sich mit ihr treffen wollte. Also ein Hin und Her. Ja. Wie ist der aktuelle Stand heute? Ja, heute, rede bitte nicht davon, schluck es einfach, versuche es zu vergessen. Sagt er. Sagt er. Vertraue mir, ich weiß also, ich soll ihm vertrauen. Und er sagt, dass die Sache jetzt endgültig beendet ist mit der jungen Frau. Ja. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 39. 39. Du bist 32, das Mädchen, Mädchen ist gut, die junge Frau ist 23. Ja. Das ist natürlich jetzt gravierend, das Vertrauen erschüttert. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann, ich habe Angst. Verstehe. Ich weiß nicht, ihn zu verlieren, alleine da zu stehen, ganz bestimmt nicht, aber Angst weiter verletzt zu werden. Bist du denn, bist du ganz sicher, dass da außer Küssen nichts gelaufen ist? Ganz sicher kann man doch gar nicht sein. Nein, das bin ich nicht. Nein. Für mich stellt sich die Frage, es gab auch keine Aussprache, er hat mir auf meine Fragen auch nicht geantwortet. Warum musstest du sie nach Hause fahren? Warum musstest du in ihrer Wohnung, warum musstest du sie küssen? Warum musstest du ihr den Bauch streicheln? Warum muss das so weit kommen, wenn du dich doch für uns entschieden hast? Ich finde andere Fragen noch viel wichtiger, nämlich was er in eurer Beziehung vermisst, was er zu kritisieren hat. Der Sex. Das sagt er. Ja. Was gefällt ihm da nicht? Was ihm da nicht gefällt, die, 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 ja, so oft wie, also es war nicht so oft, weil ich, ich wurde über den ganzen Tag vor dich hingehalten, also es waren ganzen Tag keine Zärtlichkeiten, gar nichts. Und abends, ja, es funktioniert nicht auf Knopfdruck. Ja, ist klar. Entschuldigung. Also es ist ihm zu wenig und es ist ihm nicht intensiv genug und abgefahren genug oder wie auch immer. Intensiv, also sexuell hatten wir nie Probleme, wenn wir miteinander geschlafen haben, war es immer schön. Nur es war halt nicht oft genug. Achso, es liegt an der Frequenz. Also es liegt daran, wie, dass es nicht oft genug wird finden. Genau, genau. Und mit den Kindern, es gab Streitigkeit mit den Kindern, weil die halt eben nicht von ihm sind, aber er hat die Kinder mit großgezogen. In dem Sinne, es sind seine. Sie sagen auch Papa und es sind seine. Nur halt als Mutter hat man immer so ein Beschützerinstinkt. Ich verstehe es nicht. Was würdest du an ihm denn noch so kritisieren, wenn du noch etwas nennen solltest? Was ich dann ihn kritisieren? Diese Art, wie er manchmal mit mir umgeht. Wie geht er mit dir um? Um mir zu sagen, verdräng es, vergess es. Es war nicht mit Gefühl. Also bezogen jetzt auf diese Sache? Ja, ja. Ich meine so grundsätzlich. Grundsätzlich gar nichts. Grundsätzlich kann ich wirklich sagen, ich habe einen ganz tollen Mann. Nur dieses frisst mich auf. Dieses frisst mich auf. Wie lange, das ist mir gar nicht klar geworden. Wie lange zog sich dieses, ich nenne es mal, Techtelmechtel mit den beiden hin? Über vier Wochen. Vier Wochen. In all den Jahren, zehn Jahre seid ihr zusammen. Ist das das erste Mal, dass da was derartiges passiert ist? Ja. Also ich habe ihn mit dem Ablähnen vergratet. Er konnte gehen und kommen, wann er wollte. So, und jetzt hat er gesagt, ich habe mich entschieden für dich, für Stefanie und für die Kinder. Diese Frau, diese 23-Jährige, ist die immer noch in seinem Arbeitsumfeld? Ja. Das heißt, wenn er zur Arbeit geht, musst du Angst haben, dass da wieder irgendetwas... Ja, genau. Sie sagte, mir ist dieser Satz in den Ohren, den er mir sagte oder sie wiederholte, ich habe ja mit ihr gesprochen. Du hast mit ihr gesprochen? Ja, natürlich. Ich sollte mich lösen von meinem Mann, also sie wird sowieso gewinnen. Das hat sie gesagt? Ja, das hat er zu ihr gesagt, sie kann nur gewinnen. Warum hast du den Kontakt gesucht zu ihr? Weil ich ihm nicht mehr vertraut habe. Und was hast du sie gefragt? Was sie möchte. Und was möchte sie? Warum sie sich da reinstellt. Sie möchte meinen Mann. Sie möchte ihn? Ja. Und er redet nicht mit ihr. Ich habe ihm auch gesagt, hör mal, bringen sie mir. Lass mich sie treffen, lass mich mit ihr reden. Vielleicht sind da Sachen, die du mir nicht sagen willst oder sagen kannst. Vielleicht kann sie mir die sagen. Ich würde mich da gar nicht so festsetzen auf diese Frau. Ich finde diese Frau relativ zweitrangig, will ich dir sagen. Ich finde erstrangig dich und dein Mann. Und wenn ihr beide eine Klärung in eurer Beziehung habt, ist die dritte Person nebensächlich. Bekomme ich aber nicht von ihm. Ja, das ist das Schlimme. Also ich würde jetzt erst mal sagen, wenn man nach zehn Jahren zum ersten Mal, wenn dann mal so etwas passiert ist, vielleicht ist ja auch gar nicht viel passiert. Vielleicht ist es ja auch, ich meine, nach zehn Jahren erlischt ja auch einiges normalerweise ein bisschen. Kommt man ja nicht. Ja, bei vielen ist es halt so. Wenn das nur einmal mal passiert ist und er sich jetzt aber wieder zurückpfeift oder gefiffen hat, könnte man ja sagen, okay, komm, dann geben wir ihm jetzt noch mal eine Chance. Und ich will ja auch nicht durch mein Misstrauen alles kaputt machen. Aber ich muss andererseits auch wieder sehr ernst nehmen, wenn du sagst, ich habe da so viele Bedenken und die irritieren mich auch. Und er spricht nicht richtig, sagst du. Wäre er zu bewegen, dass er mal so ein Gespräch zu dritt führt mit einem Therapeuten? Nee. Null? Nee. Definitiv nicht? Nichts. Ich habe ihm ja gesagt, lass uns gucken, dass wir zum Eheberater kommen oder irgendeine dritte Person mit einbeziehen. Nee, ich soll mich da nicht so reinsteigern. Es wäre ja ohne Gefühl gewesen. Und was ich denn von ihm wollte. Also ich glaube, dass ihr beiden... Und der beste Satz ist, wenn ich ihn dann damit bedränge, zum Beispiel sag, Peter, mir fehlt da was. Ja, dann such für dich eine Entscheidung, dann ist es so besser, wenn wir uns trennen. Das hat er so klar, dass du gesagt hast. Ja. Das finde ich wirklich schwierig, Stefanie. Da ist irgendetwas im Busch zwischen euch beiden. Irgendwas ist da nicht ausgesprochen, zumindest von seiner Seite aus. Ja. Irgendeine Unzufriedenheit, irgendwas ist da, was ihm nicht richtig, was ihm nicht passt. Vielleicht auch über das Sexuelle hinausgehend. Und wenn er nicht bereit ist, da wirklich drüber zu sprechen, ist das natürlich ein sehr schwieriger Stand für dich. Ich würde jetzt mal sagen, okay, das Ganze war nur vier Wochen. Er sagt, er hat es beendet. Gib ihm und euch nochmal eine Chance. Warte nochmal einen Monat, zwei Monate ab. Versuche dich auch zurückzunehmen in zu viel Misstrauen, damit du es nicht kaputt machst. Wenn du aber merkst, dass du das nicht kannst, oder da doch irgendwelche Dinge auftauchen, dann suche du dir Hilfe und eine Beratungsstelle. Dann sag ihm das auch. Sag ihm, ich gehe jetzt zu einer Eheberatung, ich gehe da alleine hin. Ich komme damit nicht klar. Ich biete dir an, komm mit. Wenn du nicht mitkommst, gehe ich alleine. Ich schaffe es nicht so. Das finde ich die beste Lösung. Dann verhältst du dich fair ihm gegenüber. Du sagst ihm, ich mache das, ich brauche das jetzt. Und eigentlich müsste er, wenn er etwas in die Waagschale werfen möchte für euch, für eure Beziehung, müsste er sagen, okay, was habe ich zu verlieren, ich gehe mit. Ja, aber mir dann zu sagen, weil ich gefragt habe, du hör mal, wie stellst du dir das vor, wenn es umgekehrt gelaufen wäre? Ich hätte eine Person so nah an mich haben zu lassen, also rangelassen. Was hättest du mit mir gemacht? Ja, sagt er, ich hätte dich verlassen. Und wenn ich dich jetzt verlasse, ja, dann liebst du mich nicht. Ja. Ja, er fühlt sich ziemlich sicher, ne? Ja, aber zu sagen, ich sitze auf seinem Schoß, ja, und frage ihn, du hör mal, was hat sie, was hat dich gereizt? Und er mir sagt, sie ist schlank, sie hat lange blickende Haare, sie erinnert mich an meine erste große Liebe. Das ist schon verletzend, ne? Das ist hart. Aber immerhin hat er das schon mal gesagt, das heißt, das ist da eine sexuelle Geschichte, die ihn da angezogen hat. Wenn er es jetzt beendet hat, ist es ja in Ordnung. Weißt du es? Bitte? Weißt du es? Ne, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Absolut nicht. Deswegen sage ich, wie ich es gerade schon formuliert habe, gib ihm und euch noch mal eine Chance. Aber hab im Hinterhalt, in der Hinterhand die Möglichkeit für dich, dass du dir eine Hilfe suchst. Und ich biete dir gerne eine Beratungsstelle in deiner Gegend an, können wir für dich raussuchen, damit du das schon mal hast. Okay? Ja, das wäre nett. Okay. Dann legst du auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an. Alles klar, besten Dank. Alles Gute, alles Liebe. Ich wünsche dir alles Schöne. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, meine Telefonnummer und hier ein Hinweis auf unser Thema Morgen. Morgen heißt unser Thema, ich bin feige. Ich möchte folglich gerne mit Feiglingen reden oder mit Leuten, die sagen, ich war mal in meinem Leben feige. Ich habe etwas Gravierendes unterlassen zu tun, weil ich Schiss hatte. Und heute bereue ich es. Heute schäme ich mich dafür und kann es vielleicht gar nicht mehr wieder gut machen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, morgen in der Sendung, dann meldet ihr euch da heute schon über Mail unter domian.atwdr.de mit Telefonnummer. Und dann rufen wir euch morgen zurück. So, hier ist Nicole. Nicole ist 35 Jahre alt. Hallo Nicole. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und was geht es bei dir? Ja, ich lebe mit einem Alkoholiker zusammen. Und ich möchte mich gerne von ihm trennen. Wie lange lebst du mit ihm zusammen schon? Seit drei Jahren. Ja, ist er seit drei Jahren Alkoholiker? Er ist wohl schon meines Wissens nach zehn Jahre und länger Alkoholiker. Wusstest du das damals, als du mit ihm zusammen kamst? Als ich mit ihm zusammengekommen bin, ist mir schon aufgefallen, weil wir anfangs nur eine Wochenendbeziehung geführt haben, dass er sehr viel trinkt. Und ich habe das aber mit abgetan. Ich habe zwar von Anfang an mit ihm darüber gesprochen, dass mir das nicht gefällt und dass ich das so als nicht richtig empfinde. Und dass ich meiner Meinung nach das so sehe, dass das zu viel ist, was er so konsumiert. Und ich habe das dann auch abgetan. Gut, es ist Wochenende und er hat viel Stress gehabt. Du hast es dann dir auch klein geredet und erst mal ein bisschen verdrängt das Ganze. Ja, ja. Was für eine Art von Trinker ist er? Säuft er jeden Tag oder gibt er sich nur am Wochenende die Kante? Er trinkt jeden Tag, aber am allermeisten am Wochenende. Wie viel trinkt er am Tag und was? Er trinkt unter der Woche sechs bis zehn Flaschen Bier täglich. Über den Tag verteilt oder abends? Über den Tag verteilt, aber es konzentriert sich mehr auf den Abend. Und am Wochenende geht es schon gleich morgens los und dann über den ganzen Tag, sodass er auch keine Nahrung zu sich nimmt. Ach so, das ist schon ganz schlimm. Sondern nur Alkohol dann konsumiert. Wo wohnt ihr auch zusammen in einer Wohnung? Wir wohnen zusammen in einer Wohnung. Das heißt, die Wochenenden ist ja immer dicht. Ja. Definitiv dicht. Ja. Kann er dann noch einem Beruf nachgehen? Ja. Was macht er vom Beruf? Er ist selbstständiger Kaufmann. Und das kriegt er noch hin dann? Also meiner Meinung nach bahnen sich da Schwierigkeiten an, dass er Termine nicht halten kann. Ja, ja. Aber viele Alkoholiker schaffen das über Jahre, die Krankheit zu kaschieren. Ja. Die funktionieren unter Umständen sogar wunderbar in ihrem Beruf. Ja. Und sind nebenher schwerst erkrankt. Ja. Sieht er es ein, dass er Alkoholiker ist? Nein. 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 Er sagt, er hat es im Griff, er kann es aufhören, es ist nicht so schlimm? Ja. Er sieht überhaupt nicht, dass er, also er sieht das, was er konsumiert, sieht er als normal an. Und wenn er das ganze Wochenende wirklich der Besoffene rumhängt, ist das auch normal? Für ihn ist das normal, ja. Ja, nur ich kann es für mich nicht mehr verantworten, weil er in meinen Augen ein Tyrann und Sadist ist. Dir gegenüber auch? Mir gegenüber und meinem Sohn aus erster Ehe. Ihr wohnt zu dritt zusammen? Wir wohnen zu viert zusammen, wir haben gemeinsam eine Tochter noch in sechs Monaten. Wie alt? Also das eine Kind ist sechs Monate und der Sohn ist wie alt? Und der Sohn ist 18. 18, Entschuldigung. Ja, beschreib mal ein Beispiel seiner Tyrannei, seines Sadistentums. Es ist zum Beispiel so, dass er darauf besteht, dass er, egal wie spät es ist, wenn er nach Hause kommt, dass pompöse Gerichte gekocht werden und wenn es mitten in der Nacht ist. Die du kochen musst? Ja. Wenn du es nicht machst, was dann? Dann gibt es Theater und das ist dann auch so, dass dann hinterher die Küche dann noch gereinigt werden muss und wenn ich dann zu meinem Sohn sage, wenn es dann schon 22 Uhr oder später ist, den Abfall schlassen wir heute stehen, das machen wir dann morgen, dass er dann hier durch die Wohnung läuft und das schmutzige Geschirr aus dem Fenster schmeißen möchte. Und auch schmeißt? Kurz davor kann ich ihn abhalten, ja. Aber er schmeißt mitten in der Nacht mit den Türen, er macht meinen Sohn fertig, komm her, ich hau dir aufs Maul. Tut er das auch dann ab und zu? Nein, nein, also er hat schon mit erhobener Hand vor mir gestanden schon, aber geschlagen hat er noch nicht. Also Tyrann verstehe ich jetzt, was du gerade als Beispiel genannt hast. Sadist hast du gesagt, Sadist ist ja noch eine Nummer härter irgendwie. Ja, das sehe ich so. Was macht er da? Ja, wie soll ich das beschreiben? Also er versucht zu verletzen, verbal auch, wo er nur kann, bis ins Niedrigste. Was bist du für eine schlechte Hausfrau, was bist du für eine schlechte Mutter, du bringst nichts auf die Reihe, ich kann jede andere Frau haben, wenn ich will, du bist schuld daran, wenn ich woanders hingehe und all solche Sachen. Ja, also er macht dich verbal richtig nieder. Und er schottet auch alle Kontakte ab, nach außen hin. Macht er das nur, wenn er besoffen ist, oder? Er ist ja eigentlich immer besoffen, ein bisschen. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja, ja. Hast du es ihm, ich meine, ihr habt ja sechs Monate, ne, ist das kleine Kind. Ja. War das ein Wunschkind? Mein Wunschkind, ja. Hast du es ihm angedroht, wenn sich nichts verändert, dann gehe ich? Ja, habe ich mehrfach. Ist ihm auch egal? Also sein Trinkverhalten ändert er nicht, er sieht das als normal, er hat kein Problem. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn du sagst, dass er seit zehn Jahren so trinkt... Ja, er hat auch mir angedroht, wenn ich ihn vor die Tür schicke, dass er hier alles kurz und klein schlägt. Mhm. Und ich habe auch Angst, wenn ich mit den Kindern allein bin, dass ich das finanziell nicht schaffe. Mhm. Weil mein Sohn wohnt noch bei mir, der geht noch zur Schule. Mhm. Und ich habe Angst, dass ich das finanziell nicht schaffe. Mhm. Aber er verdient schon noch immer gut Kohle? Ja. Das heißt, er könnte und muss dich dann ja auch unterstützen, was das kleine Kind anbelangt? Ja. Das schon? Ja. Du sagst, wenn ich ihn vor die Tür setzen würde, wäre das so, dass du ihn rausschmeißen würdest oder müsstest du gehen? Nein, das ist meine Wohnung, er müsste gehen. Das ist deine Wohnung? Hast du Angst, dass er dann vielleicht gewalttätig dir gegenüber würde? Ja, ja, habe ich. Mhm. Habe ich. Also bist du in einer wirklichen Not, seelischen Notsituation? Ja. Du willst definitiv von einem Typ weg? Ja. Es fehlt dir jetzt nur noch der letzte Schritt? Ja. Also nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, Nicole, möchte ich dich auch nur bestätigen, diesen Schritt zu unternehmen. Obgleich ich deine Ängste auch ernst nehme. Ja. Ich glaube, in diesem Fall muss man gehen. Ja. Wenn er sich so dicht macht und überhaupt nicht reagiert darauf, was du gesagt hast und es ihm offensichtlich so egal ist, was mit ihm passiert und was mit seiner Familie, seiner jungen Familie auch passiert, muss er eben noch weiter nach unten stürzen, so traurig ist, wenn man das sagt, bis er wach wird. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass man sehr rigoros unter Umständen ab einem gewissen Punkt mit Alkoholikern umgehen muss. Ja. Ja. Sonst wird man selbst in das Leid mit reingezogen. Es ist auch im Moment kein Gefühl mehr. Also es war am Anfang meine große Liebe. Ja. Dann würde ich sagen, ab dem zweiten Jahr, wo wir zusammen gelebt haben, dass es so eine Art Gewohnheit war. Und vielleicht auch die Angst, die jetzt immer noch da ist, vor dem Allein schaffe ich es nicht. Ja. Und im Moment ist überhaupt kein Gefühl mehr. Nur noch Angst vor dem Wochenende wieder. Die Vorstellung, wenn er weg wäre, ist für dich eine große Erleichterung. Ja. Ja. So. Ich sage jetzt nochmal, ich finde, dass du da weg musst. Ja. Ich möchte jetzt gerne, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Grundsätzlich, und ich möchte, dass meine Psychologin dir gleich auch nochmal ein paar Anlauf-Telefonnummern gibt, Adressen, zum Beispiel auch Frauentelefone, Nottelefone und noch von anderen Organisationen, die Frauen beraten, die in deiner Lage sind. Ja. Wo du mit Fachleuten zu tun hast, die auch mit den Ängsten der Frauen umgehen können, die Angst, dass der Typ den Frauen dann was tut und so weiter. Ja. Und wo du auch unter Umständen eine ordentliche finanzielle Beratung bekommst. Das musst du jetzt alles einfädeln. Da gibt es genügend Hilfestellung und Hilfeleistung für Frauen, die in ähnlicher Lage sind wie du. Ja. Das musst du in Anspruch nehmen. Ja. Und dann schaffst du es auch. Und dann musst du da auch weg. Ja, ich muss es wegen meiner Kinder. Du musst es wegen der Kinder machen. Wegen deines älteren Sohnes und auch wegen des kleinen Kindes. Ja. Ja. So. Und wir tun das, was wir jetzt tun können. Wir können dich mit einigen Anlaufstellen versorgen. Und dann musst du weiter aktiv sein. Du warst ja auch schon aktiv, indem du hier angerufen hast. Ja. Du bist auf dem richtigen Wege, finde ich. Ja. So, liebe Nicole, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, danke schön. Alles Liebe, alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, einfach mal eine Ausnahme. Aber wirklich nur eine Ausnahme. Das ist nicht, dass es einreißt. Ich gratuliere ganz einfach jetzt mal zum Geburtstag der Sandra. Hallo Sandra, wo immer du auch uns jetzt zuschaust oder zuhörst, du wirst bis gerade 18 Jahre geworden. Und du hast einen sehr netten Freund, der heißt Sebastian. Und der hat uns gemeldet und hat geschrieben, du seist eine Stammzuschauerin dieser Sendung und würdest dich wahnsinnig freuen, wenn du von uns beziehungsweise von mir gegrüßt wirst. Und das tue ich hiermit und wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag. Einfach mal so. Bitte keine weiteren Mails. Ich mache das jetzt die nächsten Monate meist nicht nochmal. Einfach mal eine Ausnahme. Zum Regel gehört eben auch die Ausnahme. Hier ist Marco und Marco ist 34 Jahre alt. Hallo Marco. Hallo Domian. Marco, dein Thema? Der Tod meiner Schwester. Ja, wann ist das passiert? Vor drei Monaten. Wie alt ist deine Schwester geworden? 32. Ja, an was ist sie gestorben? Bei einem Autounfall. Ein Unfall. Ja. Die ganze Geschichte fing damit an, dass ich meiner Schwester den Führerschein bezahlt habe, weil sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Und durch die Kinder muss halt mobil sein. Wie viele Kinder? Und er hatte halt die finanziellen Mittel nicht. Ja, wie viele Kinder sind da? Zwei. Wie alt? Die kleine, die jüngste ist jetzt vier und die älteste sechs. Okay, du hast also den Führerschein finanziert. Richtig, genau. Weil sie halt, die Gemeinde ist ausgezogen. Und, äh, beziehungsweise er ist ja fremdgegangen und das ist halt eskaliert. Und da hat sie rausgeschmissen. Und meine Mutter war immer dagegen, dass meine Schwester den Führerschein kriegt, weil bei uns in der Familie ziemlich viele Autounfälle schon waren. Also der älteste Bruder von meiner Schwester ist bei einem Lkw-Unfall aufs Leben gekommen. Meine Tanze ist querschnittsgelähmt durch einen Autounfall und ich weiß nicht warum. Also ich denke mal, meine Mutter ist da halt einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht aus früherer Zeit schon angegriffen. Ja, verständlich, ne? Wenn sich das so in der Familie häuft, dass man da irgendwie Angst hat, was das Autofahren anbelangt. So, und ich hab's halt getan, um meiner Schwester halt was Gutes zu tun. Und, ja, dann war sie auf dem Weg, die Kinder abzuholen. Wie lange hatte sie da den Führerschein schon? Ein Jahr. Ein Jahr, mhm. Sie wollte die Kinder abholen? Ja, wollte die Kinder abholen und ist dann auf die Autobahn. Und dann, laut der Aussage der Polizei war, halt ein Lkw muss auf der, und folgen, muss ein Lkw auf der Mittelspur gewesen sein und der Hänger muss ausgeschwenkt sein. Mhm. Und der hat, und konnte dann, ist dann ausgeschert und sie hat sich auf die Leitplanken gedrückt. Und das Auto hat sich auch dann mehrfach überschlagen. Mhm. Und, und dann ist er dann im Krankenwagen auch dann wieder reanimiert worden und ist halt auf dem Weg ins Krankenhaus im Krankenwagen gestorben. Mhm. Und das Schlimme dabei ist halt, wie meine Schwester beerdigt worden ist, durfte ich noch nicht mal an der Beerdigung teilnehmen, weil meine Mutter mich auf der Trauerhalle geschmissen hat. Weil sie mir die Vorwürfe macht, ich wäre schuld, dass meine Schwester halt verunglückt wäre, weil ich ihr den Führerschein bezahlt habe. Das heißt, du bist zur Beerdigung gegangen, du bist in die Trauerhalle reingegangen und hat die Mutter dich raus... Ja, meine Mutter hat mich gesehen und hat mich rausgeschmissen und hat gesagt, ich will dich nicht sehen. Hättest du ihr nicht den Führerschein bezahlt, dann wird deine Schwester noch leben und wir würden alle nicht hier stehen. Boah, ist das schlimm. Das war allerdings sehr, sehr heftig. Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich zu deiner Mutter sonst gewesen? Wir hatten ein super Verhältnis. Also meine Mutter und meine Schwester und ich, wir waren eigentlich ein Dream Team. Mhm. Also das Auto war in der Situation für deine Schwester sehr wichtig, um mobil zu sein. Ja, also wir wohnen hier oben im Bergischen und es geht halt auch wegen den Kindern, wenn sie zum Arzt mussten oder sowas. Also meine Schwester hat in einem Dorf gelebt, oben in Mozart, das ist oben bei Bergisch Gladbach. Ja, das kenne ich, das kenne ich, das weiß, das kenne ich, ja. Und dann ist es halt sehr, auch wegen dem Einkaufen und... Hast du denn in irgendeiner Weise deine Schwester bedrängt oder hat sie... Nein, sie hat mich immer wieder gefragt, ich muss unbedingt einen Führerschein machen, ich muss mit den Kindern und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, wenn du es finanziell nicht kannst, dann unterstütze ich dich damit und wenn du es irgendwann kannst, gibst du es mir wieder und du lässt es, dann... Was ja eine sehr nette Geste ist, finde ich. Ja, das ist halt, das war immer das Verhältnis zwischen meiner Schwester und mir. Das war ein Geben und ein Nehmen. Wir haben uns immer unterstützen geholfen. Äh, ich muss gleich mal vorab sagen, Marco, dass ich das Verhalten deiner Mutter, wenngleich es sicher erklärbar ist aus ihrer schweren Trauer, aber ich finde das Verhalten sehr, sehr schlimm, was sie macht. Damit hat sie mir auch verdammt wehgetan. Ich finde es sehr schlimm, weil du hast nun wirklich keine Schuld. Das ist, es ist ein Unglück, es ist ein unfassbar schlimmes Unglück. Ich mache mir aber halt jetzt diese Vorsorge. Ja, aber, weißt du, sie hätte, wenn sie doch das Geld gehabt hätte, hätte sie doch selbst den Vorschein auch gemacht. Ja. Du wolltest doch nur Gutes, du wolltest ihr doch nur helfen. Das versteht meine Mutter aber nicht. Sie hätte ja auch durch irgendein anderes Unglück umkommen können. Das war ein Unglück. Das wäre ein Schicksalsschlag, ein schlimmer Schicksalsschlag, wo kein Mensch eine Schuld trägt. Außer, wie ich es gerade verstanden habe, war der Lkw-Fahrer schuld, ne? Ja, richtig, genau. Ja gut, aber das ist ein anderes Thema dann. Aber nicht du, aber nicht du, weil du den Führerschein bezahlt hast. Wie absurd. Ja, das sehen viele meiner Tanten und Onkels auch so, Unverwandten und Bekannten halt, ne? Nur meine Mutter schaltet da im Moment völlig ab und sieht einfach nur die Schuld in mir, weil ich es möglich gemacht habe, dass sie den Führerschein hat. Was ist denn mit dem Vater? Lebt der Vater auch? Mein Stiefvater lebt. Also, unseren richtigen Vater kennen wir nicht. Kennt er nicht. Also ist die Mutter eine sehr wichtige Person gewesen. Ja, und meine Mutter ist also eigentlich meine, unsere Hauptbeziehungsperson immer gewesen. Gibt es denn in der Verwandtschaft noch irgendjemanden, der so denkt wie deine Mutter oder ist deine Mutter niemand? Nein, aber nicht, dass ich im Moment wüsste. Mir geht es durch und durch. Ich stelle mir gerade nochmal die Situation vor. Du gehst zur Beerdigung deiner Schwester, die du so geliebt hast. Und die eigene Mutter schmeißt dich aus der Trauerhalle raus. Das tut auch verdammt weh. Das ist unglaublich. Und ich bin eigentlich schon ganz froh, ich habe meine Lebensgefährtin, die steht mir also voll im Rücken. Und die ist im Moment rund um die Uhr für mich da. Und ich glaube, wenn die nicht da wäre, dann weiß ich nicht. Ja, weil der Schmerz ist ja schon allein unermesslich, einen so geliebten Menschen zu verlieren. Und dann auch noch belastet zu werden mit der Schuld und quasi von der Mutter verstoßen zu werden. Das ist ja eine Potenzierung ohne Gleichen. Ich bin ja auch im Moment deswegen auch krankgeschrieben. Ich bin also auch, ich weiß nicht, meine Lebensgefährtin hat halt gesagt, ich soll in psychologische Behandlung gehen und halt auch darüber reden. Und ich bin im Moment halt auch krankgeschrieben. Ich kann also im Moment auch nicht arbeiten gehen. Weil ich habe eigentlich einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Und das ist einfach im Moment nicht möglich. Du bist fertig mit Nerven im Moment. Im Moment absolut. Also meine Nerven liegen sowas von blank. Das ist vor drei Monaten gewesen. Ja. Gab es in diesen drei Monaten einen Kontakt zwischen dir und deiner Mutter? Nein, absolut. Gar nichts. Nein. Meine Freundin hat halt öfters probiert anzurufen. Und sobald sie nur gehört hat, wer am Telefon war, hat sie sofort wieder aufgelegt. Ist das hart. Und ich liege nachts im Bett und grübele und grübele und überlege. Ich meine, eigentlich sagt man ja, Männer weinen nicht. Aber ich weine jede Nacht und tagsüber und ich begreife es einfach nicht. Mir tut es einfach furchtbar weh. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist auch völlig normal. Ich bin ein ganz unbeteiligter Mensch an der Sache. Ein Fremder für dich, für euch. Ja. Und ich gebe dir wirklich mein Ehrenwort, dass ich dir hier die Wahrheit sage und dich nicht irgendwie freundlich vertrösten möchte. Ich glaube hundertprozentig an deine Schuldlosigkeit. Hundertprozentig. Das sage ich nicht einfach mal jetzt so daher. Das ist halt nur schwer. Ich meine es. Ja. Aber ich meine es wirklich sehr, sehr, sehr ernst. Und ich verurteile auch deine Mutter, muss ich sagen. Obwohl sie natürlich auch im Schmerz liegt. Das ist klar. Aber sie muss so viel größer auch im Schmerz haben, dass sie die Dinge richtig sieht, wie sie sind. Das ist richtig. Und das versuchen auch, ich sage jetzt mal, mein Onkel zum Beispiel, der hat mit meiner Mutter schon gesprochen. Meine Bekannte, also unsere gemeinsame Bekannte hat mit meiner Mutter gesprochen. Und viele Freunde von meiner Schwester. Aber das ist im Moment so ein Punkt, sie blockt einfach wirklich nur ab. Ich will davon gar nichts wissen. Ist deine Mutter in der Kirche? Meine Mutter ist im Gegensatz zu mir mehr gläubig wie ich. Das heißt, es gibt eine Anbindung an eine Gemeinde, an einen Pastor? Ja. Kennst du den Geistlichen auch? Ja, das ist mein Onkel. Das ist dein Onkel sogar? Mein Onkel ist Pastor, ja. Und dieser Onkel hat auch schon mit ihr gesprochen? Ja. Und es hat nichts genutzt? Nein, gar nicht. Sie schaltet in dem Moment, wo man sie auf dieses Thema ansprechen will oder was versucht zu klären, schaltet sie ab. Sie blockt einfach nur ab und sagt, ich will darüber nicht reden. Hat dieser Onkel deine Schwester auch zu Grabe getragen? Hat er die Trauerfeier geleitet? Ja. Gibt es noch einen anderen Geistlichen? Ich frage jetzt mal, weil ich glaube, dass manchmal Pastoren und Priester einen guten Zugang zu Menschen haben in tiefer Trauer. Gibt es noch einen anderen, den man eventuell mit einem einspannen könnte, der mit ihr spricht? Ich wüsste jetzt nicht, ganz ehrlich gesagt, nicht wehen. Also, wenn das jetzt alles nichts nutzt und so viele Aktivitäten schon stattfinden, glaube ich, ist es in erster Linie wichtig, dass du dich stabilisierst und wenn deine Freundin, die dich ja jetzt am besten kennt, das auch schon vorgeschlagen hattest, dass du dir psychologische Hilfe suchen sollst, dann finde ich das auch, Marco. Also, wie gesagt, ich bin im Moment in psychologischer Behandlung. Ach, du bist jetzt schon? Ich bin schon, ja. Ich habe jetzt seit anderthalb Monaten, habe ich also pro Woche zwei Sitzungen, wo ich hingehe. Das ist gut, ja. Was mir eigentlich auch sehr hilft, aber dann ist wieder der Punkt, sobald ich diese Praxis verlasse und zu Hause sitze, dann fängt es wieder von Neuem an zu arbeiten und es ist immer ein Teil von mir aus meinem Leben verschwunden, der mir sehr, sehr wichtig war und es hat mich einfach. Sprich doch mal mit deinem Psychologen über, wie er es einschätzt, ob es in dem Fall vielleicht sinnvoll wäre, mal ein paar Wochen einen stationären Aufenthalt zu forcieren. Wenn du das würdest wollen. Ja, er hat mir auch schon vorgeschlagen, meine Mutter zu kontaktieren und zu einem gemeinsamen Gespräch. Ja, ja. Ich habe ihm alles Mögliche gegeben, was er braucht, um meine Mutter zu kontaktieren und bis jetzt war noch keinerlei Erfolg. Ich glaube, das ist im Moment auch sinnlos, wie du das beschreibst. Das wird zu nichts führen. Es ist wichtig, dass du erstmal für dich ein bisschen auf die Beine kommst. Wenn sie so dicht macht, wenn der Pastor, der Psychologe und alle, wenn das nicht funktioniert. Ich kenne sie einfach nicht wieder. Sie hat, wenn eine Jalousie runtergefallen ist und da ist kein Durchkommen. Wenn du schon in guter psychologischer Behandlung bist, wäre vielleicht auch noch eine Überlegung. Wir gucken mal nach, ob es irgendwas bei euch in der Gegend gibt. Wenn du noch eine Selbsthilfegruppe aufsuchen würdest, wärst du dazu bereit? Natürlich. Ich will alles tun, um wieder mein Leben eigentlich einigermaßen vernünftig wieder zu führen. Ich kann auch nicht ewig für eine Arbeit weg bleiben. Dann machen wir es mal so, wir rufen dich mal jetzt sofort wieder an. Du legst auf und wir schauen mal nach, ob wir da irgendwie was finden für dich. Ansonsten ist natürlich die Sache mit der psychologischen Geschichte, die du da angefangen hast, finde ich schon mal sehr richtig und sehr gut. Und ich möchte nochmal zum Ende betonen, dass ich deinen Schmerz sehr, sehr nachvollziehen kann und ich aber hundertprozentig überzeugt bin, dass du keine Schuld trägst, Marco. Gut. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Gut, alles klar. Viel Kraft und alles Gute. Und übrigens eine Sendung, ich gucke sie jeden Abend, ich finde sie als Blutspitze. Sehr nett von dir, danke schön, Marco. Tschüss. Hier ist Bastian und Bastian ist 23. Hallo Bastian. Hallo Jürgen. Dein Thema. Mein Thema, ja, also ich bin pädophil. Ich stehe auf, kleine Mädchen. Ja, das ist... Immer schon. Du bist wie alt jetzt? 23 bist du? Ja. Also das ist eigentlich ein Tabuthema. Ja. Aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Ich gucke seit Jahren deine Sendung und ich bin großer Fan von dir. Und wenn mir jemand helfen kann, dann du. Weil ich kann es selber nicht so richtig akzeptieren, aber ich habe Tag für Tag, Nacht für Nacht pädophile Gedanken in meinem Kopf und die verschwinden nicht wieder. Du hast sexuelle Fantasien mit Kindern, mit kleinen Mädchen. Richtig. Wie alt sind die Kinder in deinen Fantasien? Die sind von 10 bis 13 Jahren, also präpubertäres Alter. Hast du hier in deinem Leben auch nur ansatzweise diese Fantasien in die Wirklichkeit umgesetzt, sie ausgelebt? Ansatzweise ja. Also ich habe mal gesagt, dass das Geile oder das Positive am Erwachsensein ist, dass man auf Kinder so schön manipulativ einwirken kann. Es ist aber nie zu irgendwelchen Handlungen gekommen. Das heißt, du hast nie ein Kind berührt? Nein. Nein, 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 nein. Definitiv nicht? Nicht. Du hast dich nicht an einem Kind vergangen? Nein. Es ist definitiv bisher in der Fantasie alles abgelaufen? Richtig. Das hat dich in der Fantasie sehr erregt, aber du hast noch nie, ich frage es nochmal ganz klar, du hast noch nie ein Kind angepackt und eine sexuelle Handlung an einem Kind vollzogen? Nein, niemals. Ich verachte auch bis aufs Blut die Leute, die irgendwelchen Kindern auf Schulwegen auflauern, die sie in ihr Autozehren eventuell vergewaltigen und danach, weil sie Angst kriegen, diese Kinder umbringen. Also das ist eine Tatsache, die bei mir Verachtung auslöst, die grenzenlos ist. Jetzt bist du 23, in der Regel wacht ja so die sexuelle Lust vor der Pubertät auf. War es von Anfang an bei dir so, dass du auf immer sehr viel Jüngere gestanden hast oder ist das eine Entwicklung der letzten Jahre erst? Ja, also ich habe in der Pubertät schon festgestellt, dass ich auf jüngere Mädchen stand. Das hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich weiterentwickelt. Ich meine, die Fantasien sind ein bisschen ausgearbeiteter und ein bisschen detaillierter. Aber als zwölfjähriger Junge stand ich jetzt natürlich nicht auf sechsjährige Mädchen. Mit zwölf alt hatte ich ein paar ganz andere Gedanken. Aber es ist dann so stehen geblieben, dass du dann immer auf die Jüngeren weiter ein Auge geworfen hast, je älter du wolltest. Genau, richtig. Und auf dem Alter von 10 bis 13, 14 ist das eben halt jetzt stehen geblieben. Hast du mal eine Beziehung gehabt mit einer Gleichaltrigen oder etwas nur mit einer wenig jüngeren Frau? Habe ich immer noch, ja. Hast du im Moment sogar? Ja, das mittlerweile seit sechs Jahren. Ach, du bist in einer festen Beziehung. Ja, das ist auch wieder irgendwie so ein Faktor, der die ganze Sache kompliziert. Also ich habe auch ein relativ normales Sexualleben. Wie alt ist deine Freundin? 22, ein Jahr jünger als ich. Also ich habe ein relativ normales Sexualleben, aber wenn sie eben halt gerade dabei sind und gerade irgendwas praktizieren, dann habe ich eben halt immer den Gedanken im Hinterkopf, sie wäre zehn Jahre jünger. Ist es für dich eine Verlockung, ins Internet zu gehen und dir solche Sachen zu suchen, wo sexuelle Aktionen mit Kindern gezeigt werden? Jein. Einerseits würde es mich natürlich schon interessieren. Hast du schon mal gemacht? Mir das anzusehen, aber auf der anderen Seite bin ich ja clever genug, mich so einer Illegalität nicht auszusetzen. Das heißt, du hast bisher noch keine Kinderpornografie konsumiert? Nein, 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 auf keinen Fall. Also kann man sagen, dass du bislang, ist das eine Sache, die absolut nur in deinem Kopf stattfindet? Richtig. Ohne jeglichen Bezug, sei es zu Menschen oder sei es zu pornografischen Werken oder was auch immer. Genau, das, was in meinem Kopf stattfindet, sind letzten Endes fiktive Storys. Hast du, hast du, treibt dich die Angst um, am Anfang klang das für mich so, dass je mehr du wachtest und je älter du wirst, dass dieser Drang auch immer stärker wird? Richtig, ich habe Angst davor, irgendetwas mal zu tun, was ich irgendwann mal bereuen werde, ja. Wer weiß von dieser Veranlagung? Keiner. Auch deine Freundin nicht? Nein. Und die Not und die Ausweglosigkeit hatte ich jetzt veranlasst, hier anzurufen? Genau. Weil ich, es ist jetzt ein bisschen suspekt, also ich habe mich Angst, ich habe Angst, mich in irgendwie professionelle Hilfe zu begeben, weil ich mich anderen Leuten nicht gerne öffne. Trotzdem rufe ich bei dir in der Sendung, also das ist ein bisschen suspekt, aber ich habe noch eine gewisse Anonymitik, die ich wahren kann. Natürlich, natürlich. Vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen bin ich eben halt im Referendariat, das heißt, ich werde Lehrer Grundschullehramt. Und das ist noch natürlich der Punkt, der mich am meisten irgendwo stört. Du kennst mich, hast du gerade gesagt. Ja. Du kennst diese Sendung. Ja. Ich weiß, was du mir jetzt sagen möchtest. Ja, dann weißt du auch, welche Meinung ich habe. Ja. Aber ich will mal vorher, 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 vorher wegschicken, dass ich das auch sehr gut finde, dass du dich hier meldest. Ja, ich habe, wie gesagt, sonst keinen anderen Ansatz. Ja, das finde ich, also es wird jetzt wahrscheinlich viele Leute geben, die direkt die Keule rausholen und auf dich einschlagen wollen. Ich finde, dass du dich, du hast noch keine Straftat begangen. Nein. Du beobachtest dich selbst und hast Angst vor dir selbst, so kann man das sagen. Richtig, genau. So, und du meldest dich hier und sagst, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe irgendwie Angst, irgendwie was zu tun, was ich eigentlich nicht tun will, aber ich habe den Trieb danach. Genau. Und weiß nicht, wohin ich mich wenden soll. So, das finde ich erstmal gut, dass du das getan hast, das will ich mal festhalten. Okay. Das nächste ist, was ich dir jetzt sagen werde, das wirst du wissen, dass ich finde, dass du alles in der Welt jetzt in Bewegung setzen musst, vor allen Dingen auch nach unserem Gespräch, dass du diesen Trieb in den Griff bekommst, dass der raus aus dir, dass der wegtherapiert wird. Ja, ich meine, die Tatsache, dass ich schon mal angerufen habe, ist ja schon mal ein erster Schritt irgendwie. Das finde ich auch, ja, das finde ich auch. Und wenn du dich an einen erfahrenen, da sind wir dir gerne. bereit, wirklich zu helfen, an einen erfahrenen Therapeuten, Sexualtherapeuten wendest, der unterliegt dir Schweigepflicht, das ist wie ein Arzt, das ist ein Vier-Augen-Gespräch, da passiert dir überhaupt gar nichts. Ja, das Problem ist nur, ich sehe das irgendwo nicht als Krankheit an, sondern es ist eine, irgendwo eine Neigung oder ein Tick von mir, genauso wie derjenige, du wirst dich erinnern, der gepollert hat. Ja, ich weiß. Der mit dem Kopfkissen oder Leute, die darauf stehen, Sadomaso-mäßig geschlagen zu werden, ist es für mich nicht irgendwo als Krankheit interpretiert, aber... Es ist aber eben nicht so harmlos, als beim Einschlafen aufs Kopfkissen zu bollern, oder der auf Sadomaso steht. Richtig. Der ganz gravierende Unterschied, du weißt, dass ich für alle sexuellen Spielereien immer sehr offen bin, aber der große Unterschied, und da hört bei mir wirklich der Spaß auf, ist, weil das um zwei ungleichberechtigten, das sind keine gleichberechtigten Personen. Wenn ein erwachsener Mensch mit einem Kind Sex hat, ist es so etwas von schief und unpassend zueinander. Und selbst wenn er es nicht brutal macht, darf er es niemals tun, weil man nicht weiß, was man in der Kinderseele anrichtet. Ja, ich weiß, den Gedanken habe ich ja auch im Hinterkopf, und das ist ja das, was mich unheimlich stört. Ob das nur Krankheit nennt, oder... Aber ich kriege es halt nicht auf meinen Kopf raus. So, ob du es nur Krankheit nennt, oder Neigung, ist ja auch völlig wurscht. Wenn du zu einem Fachmann gehst und genau dieses sagst, was du mir gerade gesagt hast, bin ich sicher, dass es mittlerweile auch genügend gute und professionelle psychologische Strategien gibt, damit umzugehen und dieses zu therapieren, damit du frei leben kannst, damit du nicht in eine herumlaufende Gefahr wirst. Vor allen Dingen, wenn du auch in den Schuldienst gehst. Ja, das ist richtig. Du bist moralisch... Ich habe im Prinzip auch Angst vor mir selber. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich meine, letzten Endes liegt das in meiner Hand. Das ist ja meine eigene Kontrolle. Ich meine, das ist wirklich der erste Schritt, was du jetzt hier gemacht hast. Du bist moralisch dazu verpflichtet, nach diesem Anruf, wie gesagt, wir werden dir gleich noch helfen, morgen anzufangen, etwas in die Wege zu leiten. Ja. Das musst du tun. Das musst du tun. Ich weiß, ja. Du musst es für die Kinder tun und du musst es für dich tun. Ja, ich habe ja auch ein Unrechtsbewusstsein. Ich weiß, dass das irgendwo ein Stück weit hin falsch ist und dass man mir da... dass ich da irgendwie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen muss. Das ist mir durchaus bewusst. Nur ich kriege... Ich weiß nicht, ich bringe es einfach nicht, diesen noch größeren Schritt zu tun. Ja, aber dieser noch größere Schritt ist ja gar nicht so ein großer Schritt. Das heißt, du meldest dich irgendwo in einer Praxis an, wo man auch anonym hingehen kann. Das kann man ja alles absprechen. Und dann sitzt du vor irgendeinem Menschen, so wie du mich jetzt vielleicht im Fernsehen siehst im Moment, und ihr beide redet miteinander. Ja. Und ihr redet nur in dem Raum miteinander. Ja, das ist richtig. So. Und das ist so ein heikles Thema. Da wird der Mann schon oder die Frau sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Also, nochmal, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Ja, ich... Ich beschimpfe dich jetzt nicht blind und wild. Ich finde, dass man das ernst nehmen muss, wenn jemand sagt, hier Hilfe, ich weiß nicht, was ich machen soll, irgendwas ist in mir, ich komme damit nicht zu Ende. Ja. Wir werden dir jetzt Dinge an die Hand geben, die du selbst dann aber umsetzen musst. Okay, natürlich, ja. So, Bastian, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich wieder an. Okay, alles klar. Alles Gute. Okay, danke, Jürgen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Die E-Mail-Adresse domian-atwdr.de und ein Hinweis auf morgen. Unser Thema morgen heißt, ich bin feige. Das kann man ja im weitesten Sinne des Wortes sehen, dass man sich nicht traut. Und Bastian gerade zum Beispiel hätte auch in dieser nun morgen gepasst. Ich bin feige gewesen bisher, mich einem Therapeuten zu stellen. Es können aber auch Dinge sein, die, ach jeder von uns hat ja schon im Leben mal was erlebt, wo man hinterher sagt, Mensch, habe ich den, da war ich nicht richtig stark genug, da habe ich kein Rückgrat gezeigt, da bin ich eingeknickt, da habe ich mich vielleicht auch einschüchtern lassen von irgendjemandem. Oder ich habe es getan, um irgendeinen Vorteil für mich herauszuholen und im Nachhinein ärgert mich das wirklich und ich kann es unter Umständen gar nicht mehr gut machen. Ich bin feige. Wenn ihr mir da was erzählen wollt morgen, wenn wir da gemeinsam über Dinge sprechen wollen, die euch schon passiert sind, dann meldet euch entweder morgen eine Stunde vor der Sendung oder meldet uns unter domian-atwdr.de schon heute plus eure Telefonnummer. Anke, 44 Jahre alt, hallo Anke. Ja, hallo. Hallo Anke, ich höre dich gut, ich hoffe, du mich auch. Ja. Um was geht es denn bei dir, Anke? Ich bin seit ungefähr 22 Jahren verheiratet, habe drei Kinder und bin eigentlich sehr unglücklich in Bezug auf meinen Mann. Die Familie möchte ich irgendwo gern behalten. Warum bist du unglücklich in Bezug auf deinen Mann? Weil ich das auch irgendwo zu spät gemerkt habe, dass ich ihn eigentlich gar nicht liebe. Dass ich vorher eigentlich, es war sozusagen der erste Mann insgesamt, ich hatte vorher nur mal ganz in der Jugend mal einen Freund, aber eigentlich auch in sexueller Hinsicht eigentlich der erste und einzigste Mann. Ja. Hat er irgendwo wahrscheinlich zu sehr Angst, alleine zu sein und habe das irgendwie gar nicht gemerkt. Seit wie vielen Jahren, so über den Daumen gepeilt, weißt du schon, dass du ihn nicht liebst? Die Kinder waren noch klein und als wir uns gestritten haben, und so habe ich mir immer gedacht, wenn die Kinder groß sind, dann gehe ich. Sag mir mal eine Zahl, damit ich das... Ihr seid 22 Jahre zusammen und seit wie vielen Jahren... Beim jüngsten Kind, das ist 14, dachte ich mir schon, also ich hätte das alles nicht machen sollen. Das ist eine verdammt lange Zeit, ne? Ja. 14 Jahre? Ich meine, wir kommen so ein bisschen, wir kommen so schon miteinander klar, aber sobald es ans Eingemachte geht oder wenn es wirklich darauf ankommt, dann merke ich das einfach, dass ich ihn nicht liebe. Am Anfang dachte ich immer, es liegt an ihn, er beachtet mich nicht genug oder... Irgendwie solche Sachen... Du sagst, wenn es ans Eingemachte geht, dann merke ich das. Was ist zum Beispiel, was wäre das? Ja, eigentlich auch in sexueller Beziehung hat es eigentlich nie, zumindest auch von meiner Seite, nie wirklich geklappt. Manchmal ging es, aber im Grunde genommen, muss ich heute sagen, mit dem, was ich weiß, und heute weiß ich, dass es eigentlich nie geklappt hat, richtig. Schlaft ihr heute auch noch miteinander? Ja, aber... Ganz selten und ganz routiniert? Nee, er ist nur am Wochenende da und eigentlich, mir bringt es eigentlich überhaupt nichts, muss ich ehrlich sagen. Ein Kind ist 14 Jahre alt und das andere? Ja, 17 und 20. Und das dritte? Und 20. Und 20. Ich möchte immer schauen, dass es noch so lange geht, bis die Kinder eben aus dem Haus sind, aber manchmal macht es mich ganz schön fertig. Du bist unglücklich? Eigentlich ja. Und die Kinder sind ja nun wirklich gut aus dem Gerübsten raus, ne? Ja, aber ich weiß genau, wenn wir uns trennen, da würde so eine Hassliebe von ihm ausgehen. Er sagt immer, er möchte mich nicht verlieren. Da würde so eine Hassliebe ausgehen, dass ich Angst habe, dass er die Kinder als Druckmittel nimmt. Und das war auch so, schon mal, als wir uns gestritten haben, da wollte er den einen Sohn bestrafen für was, wo ich getan habe, sozusagen, um mir weh zu tun. Die Kinder wissen auch nichts davon. Ich meine, irgendwo werden sie es vielleicht auch mitkriegen. Nein, die Älteren werden das schon mitbekommen haben. Die werden es schon wittern, irgendwie. Streitet ihr auch öfters? Oder ist es einfach eine schlechte Atmosphäre oder eine kalte Atmosphäre? Doch, manchmal streiten wir auch. Aber ich glaube, dass nach außen hin die wenigsten Leute das vermuten. Ja, aber als Kind kriegt man das schon so mit, ob Mama und Papa richtig innig sind oder ob da irgendwas nicht stimmt. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Hast du mit ihm so sehr offen darüber gesprochen, schon über das Thema Trennung? Also, eigentlich möchte ich mich noch nicht trennen. Ich denke, weil ich einfach irgendwo dran denke, an den Kindern. Und solange ich jetzt alleine bin und jetzt nicht irgendwie einen anderen Partner fest zur Seite habe, glaube ich auch gar nicht, dass ich das auf die Reihe kriege. Unter anderem bin ich finanziell total von ihm abhängig. Na gut, dann müsst ihr dich unterstützen. Das kommt auch noch dazu. Und so ungefähr alle halb Jahre treibt er mich so sehr in die Enge, dass er zu mir sagt, ich tue nicht genug für ihn oder andere Leute sind mir wichtiger und bombardiert mich mit so Sachen, dass ich dann wirklich ausspucke und sage, für mich ist das alles nur ein Durchhalten. Und dann ist er zwei Wochen traurig und dann tut er wieder so, als wäre alles in Ordnung. Weißt du, Anke, was ich für einen Eindruck habe von dir, dass du immer, immer wieder runterschluckst und immer wieder zurückgehst. Dass du sehr viel Angst hast, sehr viel Sorgen hast und dich immer wieder zurücknimmst und immer neue Gründe vielleicht siehst, warum du nicht auch mal einen Schritt in ein für dich gutes Leben wagen solltest. Ich finde das zum Beispiel mit den Kindern kein Argument. Der kleinste oder das kleinste, der, die ist 14 Jahre alt, hast du. Ja. Da ist er schon so erwachsen, dass man das wunderbar organisieren kann und hinkriegen kann. Die anderen beiden sind ja sowieso quasi aus dem Haus. Oder wohnen die noch bei euch? Eines aus dem Haus, aber der andere, der macht in zwei Abituren und so lange wird er auf jeden Fall noch da sein. Und was das Finanzielle anbelangt, du wärst nicht die erste Ehefrau, die mit drei Kindern sich von ihrem Mann trennt und wo es auch erstmal genügend Mittel und Möglichkeiten gibt, dass du über die Runden kommst. Ich finde dieses immer wieder Verzögern, ich wachte noch bis dahin und Anke, das ist deine Lebenszeit. Du wirst auch nicht mehr jünger. Das sind deine verlorenen Jahre. Wenn du jetzt noch mal ein Jahr und noch ein Jahr, wie lange willst du noch warten, bis der kleine 20 ist oder was? Ja, ich denke mal, bis er aus dem Haus ist. Ja, aber guck mal, wie viele Jahre das da noch sind. Vier vielleicht. Und du hast es dir schon seit so vielen Jahren angetan. Ich finde, dass es die allerhöchste Zeit ist, dass du jetzt an dich denkst. Und du kannst weiter eine liebende Mutter sein und das wird alles regelbar sein. Und du darfst dich auch nicht einschüchtern lassen. Natürlich wird der Psychoterror, vielleicht noch nicht, ich kenne ihn nicht, aber so wie du es gerade angedeutet hast. Aber da muss man irgendwann sagen, okay, komm, jetzt Augen zu und durch. Letztendlich ist es dann irgendwann die richtige Entscheidung. Das andere Problem ist noch das, dass ich vor vier Jahren einen Mann kennengelernt habe, der mit mir eigentlich befreundet ist, der gut verheiratet ist und für mich sozusagen auch irgendwo unerreichbar, den ich aber über alles liebe, den liebe ich wirklich. Und das ist für mich auch der Beweis letztendlich, weil das, was ich für ihn empfinde, ich für meinen Mann nie empfunden habe, ist für mich unter anderem der Beweis. Und wenn ich mich von meinem Mann trenne, dann kommt noch dazu, dass er mir auch mein Pferd wegnimmt. Und mein Pferd ist mit die Verbindung zu dem anderen Mann. Also dein Mann würde dir dein Pferd wegnehmen? Ja, da bin ich mir sicher. Das heißt aber, ihr seid keine armen Leute. Es geht uns gut, wir leben jetzt nicht in Luxus. Nein, nein, aber es ist schon okay. Es ist okay. Also insofern bin ich da optimistisch, dass die finanzielle Geschichte geregelt wird. Das Pferd, nochmal auf das Pferd zurückzukommen, das Pferd ist die Verbindung zu diesem anderen Mann. Wir wollen jetzt nicht so viel verraten, nicht, dass du erkennbar wirst. Das heißt, wenn dieses Pferd weg wäre, hättest du nicht mehr so einen leichten Kontakt zu dem. Ja, das kommt dazu. Und ich möchte beide nicht verlieren. So, jetzt lass ich mal fragen, doch mal mit dem Mann. Ist das eine heimliche Liebesaffäre? Weiß der, dass du ihn liebst? Ja, das weiß er. Liebt er dich auch? Wenn er es machen würde, würde er es mir nicht sagen, weil für ihn seine Ehe erst mal an erster Stelle steht. Und das sagt er mir auch. Und dazu steht er. Und das ist eigentlich mehr eine Freundschaft. Und das ist eigentlich auch der Einzige, der mein Problem weiß. Habt ihr schon mal miteinander geschlafen? Das ist ein Punkt, wo er nicht möchte, weil er sagt, dann geht seine Ehe kaputt. Er fasst mich an. Und ich genieße es auch, muss ich sagen, weil es einfach schön ist mit ihm. Aber er sagt immer einen gewissen Schritt, hier darf er nicht weitergehen. Auch natürlich eine bedrückende Situation. Da hast du jemanden, den du liebst und der fasst dich an und es darf nicht weitergehen. Aber weißt du, Anke, lass uns das mal ausklammern, die Geschichte mit deinem, ich nenne ihn jetzt mal Freund. Ja. Ich finde, an allererster Stelle muss es jetzt darum gehen, dass du dein Leben ordnest. Und zum Ordnen des Lebens gehört, dass du aus dieser Ehe rauskommst. Was dann alles weiter geschieht, ist natürlich für jemanden, der so lange jetzt auch in festen Verhältnissen war. Ich kann mir auch vorstellen, mit sehr viel Angst verbunden, den Schritt in die, ich sag mal, den Schritt in die Freiheit zu machen. Aber den müsstest du machen, den musst du machen. Was dann da... Ich denke, ich schaffe es besser, wenn die Kinder auf dem Haus sind, dann denke ich, schaffe ich es besser. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du das auch so verzögerst, um dir noch ein Argument zu liefern, wie du es gerade gesagt hast, damit du es jetzt noch nicht machen musst, weil du Angst davor hast. Ich habe Angst, dass die Kinder da zu sehr mit reingerissen werden. Aber dafür kannst du ja sorgen, dass es eben nicht der Fall ist, dass du dich auch um deine Kinder kümmerst. Und einem 14-Jährigen kann man das natürlich auch sehr gut erklären, dass da irgendwas nicht stimmt zwischen Mama und Papa. Also ich finde, das ist natürlich alles leichter gesagt als getan, das ist mir schon klar, auch wie du es jetzt geschildert hast, dein Leben. Ich finde, je schneller, desto besser. Ich würde dir auch empfehlen, da das alles sehr kompliziert ist, vielleicht zusätzlich auch noch zu einer Beratungsstelle zu gehen, dass du noch einen Ansprechpartner hast, bei dem du dich richtig aussprechen kannst und mit dem du das auch beraten kannst. So wie du mich jetzt auch angerufen hast. Und man spricht darüber. Ich spreche eigentlich mit niemandem darüber. Ja, eben. Ich habe mich dazu aufgerafft, jetzt mal hier dran anzurufen. Aber das zeigt mir ja auch, wie sehr dir das Wasser bis zum Halse steht. Eigentlich ja. Ich habe es gerade in den ersten Sekunden gemerkt, als du guten Tag gesagt hast und mich begrüßt hast. Da war so viel Schwere in der Stimmung und so viel Traurigkeit, dass mir sofort klar war, da ist irgendein Thema was sehr kompliziertes und wo es sehr an die Substanz von Anke geht. Und so ist es ja auch. Aber ich glaube, das andere Problem, wo wir ausklammern wollten, und ich glaube, dass das doch sehr schwierig auch ist. Finde ich auch. Ich hänge so sehr an ihn und ich glaube, ich könnte mir keinen anderen Mann jetzt irgendwie vorstellen. Das finde ich auch. Weißt du, das sprengt natürlich auch den Rahmen unseres Gesprächs hier. Und die Sendung ist eh gleich zu Ende, du hörst die Musik im Hintergrund. Aber ich finde, das sind ja zwei große, komplexe Themen. Aber das Thema Ehe, das musst du zuerst jetzt angehen, damit du da klare Verhältnisse schaffst. So, jetzt rufen wir dich nochmal an und versorgen dich noch mit einer Beratungsstelle. Wenn du möchtest, kannst du dich dann noch an jemanden wenden. und dann wünsche ich für dich eine richtig gute, waldige Entscheidung. Ja. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Gut, Dankeschön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Michael Verhöfen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit unserem Thema Ich bin feige. Eine Stunde vor der Sendung könnt ihr anrufen, sind die Leitungen geschaltet oder ihr meldet ganz einfach unter domian.atwdr.de. Ich möchte mit feigen Leuten reden und Leute, die sich über ihre Feigheit ärgern. Bis dahin. Tschüss.